Hallo, guten Morgen, hier ist Lena. Wir backen heute ganz leckere Brötchen miteinander. Sie sind natürlich glutenfrei, zuckerfrei. Wir machen hier keine Kuhmilch oder so dran. Wir arbeiten nur mit drei verschiedenen Mehlarten. Ich nehme noch Flohsamenschalen mit dazu, einen halben Würfel frische Hefe. Ihr könnt auch Trockenhefe nehmen. Zeige ich euch später, wie viel ihr dann davon nehmen müsst, warmes Wasser und ein Schuss Olivenöl. Ich habe Flohsamenschalen dazu genommen, weil wenn man die Flohsamenschalen mit Wasser in Verbindung bringt, quellen die und das ist sehr gut für unseren Magendarm. Das ist sehr gut für die Verdauung und bindet hier ein bisschen unsere Konsistenz von den Brötchen. Wir legen los. Wir müssen noch nicht den Backofen vorheizen. Das machen wir gleich erst, weil wir den Teig doch 30-35 Minuten ein bisschen gehen lassen müssen, an der warmen Stelle, dass der aufgeht und dass der richtig schön fluffig wird. Wir beginnen. Ich habe hier 375 Gramm helles glutenfreies Universalmehl. Da könnt ihr welches kaufen. Vom Aldi ist nicht schlecht, vom Lidl, von der DM, Globus, Rewe. Die gibt es ja heutzutage wirklich überall. Hier habe ich tatsächlich jetzt ein Mix aus Aldi und Lidl, weil mir das eine einfach leer geworden ist. Aber die sind alle für unsere Zwecke hier, für die Brötchen, auch für das Brot, was ich schon mal gebacken habe, einwandfrei zu verwenden. Also das ist geschmacklich wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben hier das Universalmehl. Dann nehmen wir Hafermehl. Hafer ist sehr, sehr gesund, sehr bekömmlich und ich trinke ja auch gerne Hafermilch zum Beispiel und arbeite auch gerne mit Hafermehl. Ist auch mal sehr gut zum Andicken von irgendwelchen Soßen im Essen. Könnt ihr Hafermehl auch sehr gut verwenden. Ich habe hier ein kleines bisschen Leinsamenmehl. Das habe ich mir jetzt gekauft bei der DM. Hier zum Beispiel. Super lecker. Könnt ihr euch aber auch online bestellen. Sind sogar hier hinten Leinsamenbrötchen. Auch sogar ein anderes Rezept mit dabei. Aber, also ich zum Beispiel darf Leinsamen wirklich nur in gemahlener Variante essen. Weil Leinsamen, selbst wenn man die jetzt in ein Brot oder so reinmacht, die kriegt man nicht bei jedem, bei jedem Biss, zerkleinert man die nicht. Und die wollen wir momentan gar nicht in unserem Magen-Darm-Trakt haben. Also Leinsamenmehl. Flohsamenschalen habe ich mir schon mal 15 Gramm abgewogen. Das lang für unser Rezept. Nehmen wir das hier. Und 20 Gramm Hefe machen wir hier dran. Hier nehme ich mir noch mal die Waage. So, 20 Gramm. Und dann machen wir einen Spritzer Olivenöl. So, das ist gut. Und 400 Gramm warmes Wasser. Bitte nehmt auch die warme Wasser. Das warmes Wasser, das braucht die Hefe. So, und zu guter Letzt, auf keinen Fall vergessen, ist unser Salz. Da machen wir, könnt ihr mal schauen. Ich mache mir hier immer gerne ein bisschen Meersalz dran, weil ich nichts Süßes auf dem Brot oder auf dem Brötchen esse. Wenn ihr Marmelade essen möchtet oder essen dürft und ihr seid auch so Süße, dann macht ihr natürlich weniger dran. Ich mag es deftig. Ich nehme ja immer nur Käsesorten oder Putenbrust oder so. Deswegen darf da bei mir ein bisschen mehr Salz dran. Wir lassen das mal schöne drei Minuten durchkneten. So, dafür ist der Thermomix echt super. Der Thermomix hat eine richtig geile Knetfunktion. Ihr könnt das auch mit jedem Rührfix machen. Da gibt es ja auch diese Knethaken. Ist alles kein Problem. Oder ihr nehmt sogar die Hände. Hier nur dann am Schluss auch ein kleiner Tipp. Das sehen wir gleich. Wenn ihr mit Teig arbeitet, macht sie euch gerne mal nass, weil dann habt ihr nachher nicht so krasse Knetfinger. Wenn ihr möchtet, könnten wir in unsere Brötchen auch noch glutenfreie Haferflocken reinmachen. Das ist eine Geschmackssache. Ich lasse sie jetzt heute mal weg. Ich habe sie mir auch schon mal mit Haferflocken gemacht. Ist unser Teig schön durchgeknetet, packen wir ihn einfach in irgendeine Schale. Das muss auch nicht geölt werden oder irgendwas. Einfach reinpacken, macht ein Handtuch drüber und stellt es dann für eine halbe Stunde erstmal zur Seite. Und dann werden Brötchen gerollt. Bis gleich. So sieht mein Teig jetzt aus. Und da machen wir jetzt einfach ein Handtuch drüber. Und lassen ihn für eine schöne halbe Stunde stehen. Und dann bearbeiten wir ihn weiter in der Zwischenzeit. Räume ich hier ein bisschen auf, spüle wieder meinen Topf und räume alles so weit weg und warte, bis es weiter geht. Bis gleich. Unsere Brötchen waren jetzt so eine halbe Stunde ein bisschen für sich. Meine ein bisschen länger, weil ich nur eine schnelle Runde mit dem Hund gegangen bin. Aber er sieht toll aus. Er ist auch aufgegangen. Er ist ein bisschen kräftiger geworden. Er kommt uns ein bisschen entgegen. Wir machen uns die Finger nass. Und dann machen wir uns, ich sage mal, es kommt auf eure Faust an, aber so faustdicke Brötchen formen wir uns. Und, genau, perfekt. Für mich ist diese Größe gut. Dann kriegen wir, ich sage mal, sieben bis neun Brötchen. So, dann kommen die auf ein Backblech. Und wir machen weiter. Der hier ist zum Beispiel ein kleines bisschen kleiner. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich muss meine Finger nach zwei Brötchen schon wieder nass machen. Weil dann fängt das Pappen wieder an. Ihr könnt in der Zwischenzeit den Backofen anmachen. Macht Umluft. Ich habe ihn jetzt auf 180 Grad. Das ist auch gut so. Wir wollen ja auch, dass unsere Brötchen, dass unsere Brötchen auch ein bisschen Farbe kriegen obendrauf. Ich habe meinen Teig leer. Ich habe alle Brötchen gerollt. Ich habe jetzt hier zwei, vier, sechs, acht Stück rausbekommen. Was wir jetzt noch machen, wir holen uns ein scharfes Messer und ritzen hier nochmal ein X ein, so dass der Teig richtig schön hochgehen kann und uns hier nichts blöd reißt. Meine Brötchen gehen jetzt in den Backofen und dann sehen wir uns in 35 Minuten wieder. Meine Brötchen sehen jetzt nach 20 Minuten so aus. Ich drehe sie jetzt nochmal hoch auf 200 Grad, einfach nur, damit sie ein bisschen mehr Farbe gewinnen. Ich habe meine Brötchen rausgeholt nach 35 Minuten. Ich habe sie zum Schluss ja nochmal ein bisschen hochgedreht, damit sie einfach nochmal ein bisschen an Farbe gewinnen. Ich lasse sie abkühlen auf so einem Gitterrost und dann packe ich sie einfach in eine Schale oder in einen Brotkorb und werde auf jeden Fall mindestens eins essen. Probiert es aus. Ich liebe sie. Ich finde sie sogar fast besser als das Brot. Wobei von dem Brot hat man natürlich mehr. Man kann es sich in Scheiben schneiden und portionsweise einfrieren. Auch die könnt ihr einfrieren, danach auftauen und ich würde sie mir dann nochmal frisch ein kleines bisschen im Ofen aufbacken. Schmeckt mega, geht ruckzuck. Hier hatten wir eine Vorbereitungszeit vielleicht von 5, 6, 7 Minuten. Geht Zeit nochmal für den Teig 30 Minuten und jetzt nochmal 35 Minuten im Backofen. Also plant mal eine Stunde 15 ein, dann habt ihr richtig coole Brötchen. Denn morgens zum Beispiel, wenn ihr die ersten seid, die wach werdet, für eure Familie überrascht sie. Backt's nach. Ich finde es mega. Werde mir gleich eins lecker schmieren und essen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und hoffentlich bis ganz bald. Ciao. Ich mache mir jetzt ein leckeres Brötchen mit einem Schafskammerbär. Den habe ich gefunden beim Globus und ich bin sehr froh darüber, weil der ist mega lecker und er erweitert einfach ein bisschen mein Frühstücksbuffet. Lasst es euch schmecken.